Und bei der Gelegenheit darf ich mich bedanken, dürfen wir uns bedanken für die Spende in Sicht des Feuerwerks. Der Herr Zimmermann wird mir ein bisschen helfen. Das ist die Firma Schlatte und Groß. Firma Schlatte und Groß und Austria Feuerwerkstechnik in Klagenfurt. Okay, jetzt wissen wir es. Danke dorthin ausrichten. Danke auch dem Elternverein Herrn Datschel, dass er die Spende ergänzt und das mit der Luftballonaktion. Danke auch der Feuerwehr, dass sie hier mit eingebunden ist. Und danke unserem, sieht ihr nicht vor mir nur das Licht, dem Albert Fritzl, der bekannterweise auch für Ton und Bild und wahrscheinlich auch für das Video verantwortlich ist. Und dieses Video soll ja dem Stefan überbracht werden. Ja, bei der Gelegenheit möchte ich natürlich auch allen gleich ein wunderschönes Weihnachtsschiff wünschen. Danke für die Sie haben ja sehr verstanden, wie wir gehen. Mehrmals haben wir sehr viel mal ausgesprochen. Und das ist die schöne Folge, wenn wir reinten können. Danke für euch, dass es nicht zu ist. Frohe Weihnachtsschiff, schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Applaus 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 Applaus